Und dann können wir jetzt... Oh, welcher Weg öffnet sich denn da? Aber das war eine andere Abkürzung. Ja. Und wieder alle Stellenmünzen. Ähm, speichern wir mal. Für mich mal gucken, welche Welt wir übersprungen hatten. Ich glaube, es war die nächste, je nachdem, wassergedünzt, ne? Das sollte Welt 5 sein. Dann gehen wir mal weiter. Das wäre ja dann hier die Welt. Haben wir das hier gemacht? Das haben wir gemacht. Aber jetzt gehst du falsch. Ja, jetzt geh ich falsch, das stimmt. Ich geh nur auf Nummer sicher. So, und dann müssen wir da nach rechts. Genau. Was machst du denn? Wofür führt das denn hin? Das sind die beiden Abkürzungen. Ach so, das ist die andere Abkürzung, ja dann. Gehen wir die... Ich wollte die nochmal sehen. Guck mal, wie schön wir da durch die Welt gehen. Ich verschwende hier gar keine Zeit. Nein. Jetzt rutschen wir sogar. Das ist sehenswert. Voll sehenswert. So müssten wir auch spielen, so wie die... So, und das untenrum ist auch ne Abkürzung. Von wo? Von wo? Da müsste man hüpfen, so synchron. Da sieht man doch mal wie schlecht wir in dem Spiel sind. So. Dann haben wir ja jetzt alle Abkürzungen, die da hingeführt hätten, nochmal abgecheckt. Ja. Das ist wichtig, damit man den Überblick im Spiel behält. Man kann von Welt 1 direkt in Welt 5. Ja. Das konnte man in der Wii-Version auch. So ungefähr. So ungefähr. Limonaden-Dschungel. Oh. Das ist übrigens der geheime Ausgang im Geisterschloss. Juhu! Juhu! Und es gibt massenhaft Welten. Let's go! Let's go! Giganto-Garten. Riesen-Monsties! Autsch. Nein! 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 Geh kaputt! Hey! Ich will dir was zeigen. Mit den Gumbas kann man da voll coole Sachen machen. Ah! Ach! 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 Und guck mal da. Gleich hammers! Gleich ist es so weit! Aber ich habe leider schon genug Leben. scheiße ja gut gemacht ich bin so stolz auf den russerl du hast mich gerecht scheiße habe ich schon versucht anzugeben ja ich wollte dir aber die minzen holen damit du was ich weiß es nicht wahrscheinlich nichts ich glaube auch ich habe die man hier weiter minzen ich glaube daraus erscheinen sachen da ist ein pilz was soll ich mit dem war war schon groß echt scheiße da brauchen wir ein ding nein ja wir der ist bestimmt wieder da so ist er wieder da wir nehmen den hier die aus der bahn müssen wir auch gucken was da los ist ja und jetzt nicht mich töten bitte nicht die roten die drehen um die grünen springen runter die roten drehen um ja scheiße was der hat sich umgedreht oh warte ich trägst ihn aus da habe ich ein leben für dich und hier ich mache dir das runter was da drin ist da war nichts drin da ist bestimmt ein leben drin ich hole uns punkte dass du noch hier durch warum da können wir auch stampfattacken machen und du stehst aber nicht ich bin nicht gestorben das ist verwunderlich hier ist ein normaler wo was da wohl ist bestimmt nicht bestimmt nicht bestimmt geht es in die einzige normale röhre in der welt nicht rein ja scheiße dann ist das geil aber applaus für die münzen ich bin doch gestört ja weil jetzt schon enormes talent aber ich sammle die münzen damit du leben kriegst hier ist eine münze gar nicht doch gar nicht doch doch willst du das power up das ja drin ist warum willst du beide das hatten wir hinter uns gelassen dass das da drin ist das hatten wir hinter uns gelassen also ich bin noch mal ein bisschen enttäuscht nachdem du heute eigentlich so gut war die herbe enttäuschung eingetreten ich betrachte es als rückwass und das hattest du verdient ich werde dich habe jetzt wieder normal behandeln oha gehen die blase die kommt nämlich jetzt runter und jetzt kommen aus der blase raus oder auch nicht so war das das zweite ja das ist deine schuld warte auf mich warte auf mich ich weiß wie das rätsel geht du musst hier nach links da mit mir nach links mach auf den dingen hier eine stampffattacke auf den drei auch scheiße dann der kann ganz einfach nach rechts machen nach rechts ok da geht ja auch ja stimmt aber uns auf die zeit davon ich habe das gefühl wir verpassen hat die letzte stelle ich glaube hier ist sonst ende und du hast uns gerade den weg nach oben zu machen macht gerade immer direkt unter mir da kommt ja wie zu dass man die gleiche auch hier so viel zeit werde noch gewinnen nein 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 ich hatte schiff wir kamen direkt auf mich zu ja und den hätten wir zweimal angestuft sondern wäre runter gefallen nein wir wollen die münze jetzt gleiche und ich mache die blöcke nicht alle weg hätten wir geschafft ja ich habe die blöcke ja wie so ein geist abstinent alle weg gemacht auch die sind bestimmt nicht wichtig ich habe es noch gesagt ja 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 wir wissen ja wo die letzte stelle mit ist das ist wahrscheinlich für uns beide und aber dann die blöcke kommt und deshalb hat das gekostet geschickt dann bist du jetzt hier kommt bestimmt zurück ich habe noch Ich hatte gerade fest, dass in eine Blase gehen eine schlechte Idee war, denn auch wenn du eindeutig die besseren Chancen hattest, sind die Chancen immer gut, dass du einfach auf eine Blase gehst. Oh, danke! Oh mein Gott! Ich stehe von oben und er kann nichts dagegen tun. So, warte. Lass die Dinger ganz, die brauchen die. Ja, äh. Wie sollen wir denn so weit kommen? Soll ich nicht lieber auf die rumspringen? Ja. Toll, dann kriegst du am Ende noch das Leben, dass du unbedingt brauchst. Toll. Soll ich hier wieder auf die rumspringen? Ja. Jawoll! Das hätten wir ja dann. Ja. Boah, wir sind so gut! Wir haben ja bald alles geschafft. Und nehmen jetzt schon wieder wie lang auf? Ach, das weiß ich doch nicht! Das sehe ich immer erst nachher. Ist auch vollkommen egal. Man nimmt auch so lange, wie man Bock hat. Klar. Und dann gibt's kein Limit. Oh nein! Ich merke mir den Stern. Okay. Wo ist er nur? Mitte. Rechts! Zweite von links. Mitte. Rechts. Mitte. Zweite von links. Links. Anders ganz rechts. Okay. Tanzen, tanzen! Party, Party! Party, 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 Party! Ah, ja. Wir sind ganz gut angedenkt, ne? So. Ich habe mir zuerst mal. Giftige Gewässer hier, Rico. Hier links ist was. Ja, da oben ist fast. Ah. Oh. Ich will die andere. Hier oben ist nichts. Schieß es weg! Schieß es einfach weg! Pass auf, das dreht sich immer schneller, je länger du draufstehst. Ich will davon nicht! Nicht? Nein! Schieß es weg! Oh, wie schön wir uns das gegenseitig gegönnt hätten gerade, ne? Da oben ist was. Dann holen wir das doch. Dann holen wir das doch. So. So. Und da oben ist was. Nicht gut. Das war ganz saue elegant, ne? Ah. 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 Esch. Wer braucht denn das Powder oben? Ich. Nein, warte. Ach du Vogel. Nehmt die Münzen die runter gefangen sind, die verschwinden über Zeit. Warte noch. Hast du so gut gemacht. Nein. Ich geh raus. ich will ich mitnehmen oder doch nicht pass auf das auch hier links ist was hier links da muss ein kooper drauf geschossen werden das war es uns hoffentlich wert das sieht mir nur aus wie ein normaler ausgang das will ich nicht jawohl das hier oben ist aber noch verdächtig jetzt wäre da was in der mitte was auf mit dem ding wir sind voll die teampussys geworden die bei den letzten teilen merkst du das pass auf geh in die blase ich geh in die blase das ist kein geheimnis mehr das ist doch wohl für dich gelohnt wie immer irgendwie was ist hier los macht das auf ja ich bin da weg oha da sind supergeil das ist doch ein witz ist das eine abschwung plattform von hier zum anlauf holen ist das oh hä warum ist denn hier jetzt ein aha okay da ist auch ein alternativer ausgang stimmt ich habe nur die nachgeguckt die zu geheimen welten fühlen aber es kann ja noch mehr geben wofür denn das jetzt hin ah das führt um die verfluchte gegend drumrum das interessiert uns an scheißdreck ja aber trotzdem wollen wir solche dinge auch haben ich weiß das